Damit Marktanalysen ihre wichtige Aufgabe erfüllen können, nämlich fundierte Inputs für Strategieanalysen und Strategieplanung zur Verfügung zu stellen, sind umfangreiche und vor allem zuverlässige Daten und Informationen über die Marktsituation und die weitere Marktentwicklung erforderlich. Viele Ergebnisse von Marktanalysen, wie etwa Markttrendaussagen, Kundenanforderungen, Marktprognosen oder Marktanteilsdiagramme, können nur erzielt werden, wenn Markt- und Kundeninformationen systematisch erhoben und anschließend zielgerecht aufbereitet werden. Wesentliche Voraussetzung für diesen Prozess ist die Erschließung geeigneter Informationsquellen, sowohl für die Primär- als auch für die Sekundärmarktforschung. Die Übersicht zeigt die wichtigsten Informationsquellen und gibt Beispiele an, in welcher Form die Markt- und Kundeninformationen vorliegen können. Einige praktische Hinweise sollen zeigen, dass die Auswahl und Erschließung der Informationsquellen keineswegs ein trivialer Vorgang ist. Eine Kundenbefragung etwa muss unbedingt systematisch geplant und durchgeführt werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte hier bei der Methodik, z.B. Online-Befragung vs. Interviews, dem Erstellen des Fragenkatalogs, der möglichst repräsentativen Kundenauswahl, der Kundenansprache, gegebenenfalls der Auswahl eines zu beauftragenden Interviewers etc. gewidmet werden. Die Auswahl oder eventuelle Beauftragung eines Industrieanalysten sollte auf Basis eines einschlägigen Kriterienkatalogs erfolgen, um sicherzustellen, dass der Analyst über die erforderlichen Kompetenzen verfügt und der Ergebnisreport qualitativ und quantitativ den Erwartungen entspricht. Und ein institutionalisierter Feedback-Prozess von Vertrieb oder Service erfordert einerseits sehr viel Disziplin bei den beteiligten Personen und Stellen, d.h. dem Feedback-Anliegen muss auch ein entsprechender Stellenwert eingeräumt werden, gegebenenfalls unterstützt durch geeignete Incentives. Andererseits müssen wirksame Formate und Tools eingerichtet werden, mittels derer das Feedback strukturiert, erfasst, an die zuständigen Stellen weitergeleitet und schließlich systematisch ausgewertet werden kann. Wie bereits erwähnt, existieren für jede dieser Methoden, nicht nur für die im Detail vorgestellten, sondern für alle elf zuvor aufgelisteten Methoden, auch Tools in Form von Formatvorlagen in PowerPoint und in Form unterstützender Excel-Dateien. Ebenso existiert eine sehr umfangreiche Präsentation zur Marktanalyse, weit ausführlicher als diese hier, die noch mehr Informationen zu Vorgehensweisen und Aspekten der Marktanalyse enthält und natürlich auch zu allen hier nicht näher erläuterten Methoden und Tools. Für alle, die daran Interesse haben, bitte besuchen Sie diesbezüglich meine Website www.strategie-und-planung.de, über die sowohl die Tools als auch diese ausführliche Präsentation bestellt werden können. Ich bedanke mich für das Interesse und die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Vielen Dank!